Zeit für die Ziehung der Lottozahlen. Wir starten in eine neue Runde Lotto-Glück. Es ist Mittwoch, der 12. Juli 2022 und damit guten Abend und herzlich willkommen zur Ziehung der Lottozahlen live aus unserem Lottostudio in Saarbrücken. Heute geht es um 17 Millionen Euro und wir legen auch direkt los. Unsere Kugeln und Zinsgeräte sind ordnungsgemäß kontrolliert. In diesem Sinne, ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen. Ziehung, Fragen. Ein prall gefüllter Pot wartet heute auf Sie. 17 Millionen, wie schon gesagt, im ersten Rang. Im zweiten Rang haben wir eine Million für Sie. Und bei Spiel 77 gibt es ebenfalls ein Millionchen zu gewinnen und die 30 fällt. Und wieso? Natürlich, weil der Jackpot am vergangenen Samstag nicht geknackt wurde. Dafür haben aber gleich vier Tipper den einfachen Sechser abgestattet. Und die 21 fällt. Für den einfachen Sechser am Samstag gab es für jeden der vier 650.000 Euro. Also Sie sehen, auch ohne Superzahl kann Lotto-Glück verändern. Und die Siebel ist auf dem Weg zu uns. Sie können uns hier in unserem Lotto-Studio übrigens auch besuchen und auch einfach mal teilen. Unsere Live-Ziehung sagen, wie es geht, erkläre ich Ihnen gleich. Jetzt warten wir gespannt auf die Neun. Und auf Lotto.de klicken Sie einfach auf Live-Ziehung. Da stehen dann die Kontaktdaten. Dann schreiben Sie uns, melden Sie sich an und zack, stehen Sie hier bei mir im Studio. Ich freue mich. Und die 2 ist im Anmarsch. Und jetzt geht es um die Wurscht. Unsere 6 aus 49 ist gleich unterwegs. Und wir schütteln noch mal kräftig für Sie durch. Und die 19 ist es. Und hier sind Sie noch mal Ihre Gewinnzahlen auf einen Blick. Und wir machen natürlich direkt weiter mit der Superzahl. Denn die brauchen Sie, um letztendlich die 17 Millionen in unseren Ports zu knacken. Auch hier noch mal ganz gewillt. Und ziehen Sie frei. Falls Sie übrigens mal eine unserer Ziehungen verpassen sollten. Kein Problem. Wir kümmern uns natürlich auf Lotto.de oder auch auf YouTube. Haben wir alle Ziehungen für Sie zu Hause archiviert. Und unsere heutige Superzahl lautet 2. Und hier kommen Sie. Ihre Gewinnzahlen alle noch mal auf einen Blick. Heute lauten unsere 6 aus 49, 2, 7, 9, 19, 21, 30. Und unsere Superzahl lautet 2. Die Super 6. 1, 8, 8, 9, 8. Und die 5. Und die 77 lautet 8, 5, 9, 9, 5, 0 und die 9. Denn so, ich hoffe, da sind gerade sehr große Freude und Schreie durch Ihr Haus gegangen. Falls nicht, bleiben Sie dabei und üben Sie. Denn am kommenden Samstag haben Sie um 19.25 hier bei uns natürlich noch mal eine neue Chance auf Ihren Gewinn. Und sagen wir Ihnen jetzt einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.